...Mannschaft zufrieden sein kann. Das ist Jelena Piskun aus Weißrussland am Stufenbarren. Die Damen aus Weißrussland erreichten ja nicht das Mannschaftsfinale gestern. Und da sieht man vielleicht auch weshalb auch eine Jelena Piskun ist nicht mehr die, die da einmal war. Da hatte sie Probleme überdreht, den Abgang. Entsprechend streng nach dem neuen Reglement werden da einige Punkte abgezogen werden. Während wir hier die Zeitlubenstudie noch einmal sehen, gleich die Information. Jelena Piskun mit 37,1 Punkten noch beste Weißrussin auf Rang 14. Hier nochmal der Abgang, Zuckerhaare, zu viel Rotation um die Körperbreitenachse, dementsprechend plumpst sie auf den Rücken. Jelena Piskun.